Nein, das Foto ist kein Foto, sondern das Foto ist ein Film für YouTube. Sie sprechen mit Omandante Omom. Und kurze Information vorweg, Plumps, nicht Wumms, Plumps ist prekär, langweilig und umweltschädlich. Und jetzt hätte ich gerne bei dem Merkel-Steinmeier-Plumps-Komplex eine kurze Begründung, warum Merkel und Steinmeier Plumps prekär, langweilig und umweltschädlich sind. Plump sind sie, weil sie langweilig, umweltschädlich wegen der Abwagprämie. Umweltschädlich? Umweltschädlich wegen der Abwagprämie. Wie kann man sie therapieren? Sind sie noch therapierbar? Irgendweil eins darf man nicht machen, man darf sie nicht weiter regieren lassen zusammen. Also die Grundvoraussetzung für eine Besserung ist die Abwahl. Und die Abwahl, da bist du voll dabei, das zu organisieren. Genau, das geht nur mit Grünen. Hast du schon mit Obama gesprochen, der mag die bestimmt auch nicht? Das stimmt, aber das habe ich nicht von ihm persönlich. Du hast noch ein paar Stunden, nutze die Zeit. Ich danke dir. Danke.